Gold! Nein! Wir haben auch gerade ein lang gelatscht. Oh, 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 oh. Sagen wir das mal, wir machen nachher 50-50 oder sowas, ne? Ey, oh, wait, wait, wait. Ja, okay. Doppel-Delt besser. So, genau. Ähm, ja. Ja, was gibt's denn noch zu finden? Hier ist wieder diese Lava. Oh, da unten ist noch Redstone. Brauchen wir so viel davon, oder? Pff, weiß ich nicht. Wir können damit irgendwelche Schaltungen machen, Türen, oder was weiß ich. Ich sammle aber auch mal ein bisschen Redstone hier ein. Ja, ich hab hier nämlich noch extrem viel Redstone rumfliegen, glaub ich. Warte mal, ich mach... Ja! Hahaha! Okay. That was awesome. So. Ja, genau das mein ich nämlich mit Redstone hier. Weil ich bin direkt hinter dir. Ich wette, da unten ist Lava, deswegen werd ich erstmal ein bisschen Abstand nehmen. Das ist nämlich lustig, wenn man direkt dann da reinfällt. Oh, das ist wirklich lustig. Halt ich letztens auch mal im Singleplayer die schöne Erfahrung mit. Die ganze Zeit am Burnen und hatte keine Ahnung, wie man da irgendwie... Ja, und da hilft nur Wasser. Ja. Ach so, wie viel ist hier noch? Ja, ja, das... Oh, nee, Alter. Ich baue immer diese scheiß Fackeln ab hier. Warte mal. Geht's da noch weiter runter? Hm, lass ich gucken. Ich guck mal, ob hier noch irgendwo was ist. Na, ich guck nämlich hier auch mal nochmal. Hier ist wieder Lava, ein bisschen. Ich buddel mich hier, glaub ich, mal so ein bisschen durch. Mal schauen, was hier noch kommt. Hier ist... Hier ist... Ah! Hier hab ich noch Redstone. Oh, shit. Oh, 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 komm mal hier runter. Wo denn? Hahaha. Geil. Ach sooo. Ah. Diamanten. Ja, ist klar, dass wir die nicht einsammeln können. Warte mal, so. Hast du voll? Ach so. Was auch nicht so ein Lava ist. Ja, ja, ich versuch mal hier irgendwie... Machst du's dir? Diamant? Ja, kann ich nochmal ran. Er findet also Diamant, ey. Na, ist wahr. Muss, ey. Geil. Was haben wir denn hier noch? Ich glaub, hier buddel ich mal ein bisschen weiter. In der Hoffnung, dass es hier noch was gibt. Ja. Moment, einmal kurz Aufnahmen gestoppt, weil Telefon ist ringing. Wait a sec. Achtung, hier ist Lava, ich hab da grad mal zur Sicherheit ein Dings drauf gemacht. Ja, das ist gut. Okay. So, weiter. Jo, nach da so, ne? Jo. Hast du an? Ja, ich hab an. Gut. Oh! Was? Oh, 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 oh! Hm. 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 No problem. Na ja, dann machen wir mal die Kohle hier, was hier noch ist. Das war knapp. Was haben wir denn hier noch? Alles Kohle, alles Kohle. Ja. Ich leuchte hier immer auch ein bisschen aus, ne? Okay. Was ist denn hier oben noch zu finden? Irgendwas gescheites dabei? Irgendwie nicht. Halla. Sollen wir sonst erstmal nach oben und unsere ganzen Mineralien, Arbeitsstoffe abgeben? Das können wir machen, ja, weil ich glaube, es wäre jetzt nicht so ganz toll, wenn wir hier abkassen würden. Ja. Moment. Dann müssen wir nämlich Michael Jordan Sprint hier hin machen. Moment. Weil wir die... Ja. So, okay. Finden wir den noch raus? Ist das fraglich? Okay. Ja, ich denke aber schon, oder? Ja, müsste. Äh. Ja, das ist jetzt... Ah, da, glaube ich, oder? Ja, ne? Ja, ich denke mal auch da lang. Pass auf. Pass schon. Lava everywhere. Ah. Warte mal, ich hab hier doch... Ah, okay. Da oben geht's lang. Ja, ja. Ja. Was hinter mir? Achso, da, okay. I'm directly behind you. Direct line. Ey, ey, küsst mich schon ein Stück zurück. Danke. Ich stand direkt mit deinem Kopf in meinem Kopf. Ja, ich hab's gesehen. Oh, ich höre... Nein, das war nicht gut. Moment. Jump. Okay. Ich höre hier irgendwo ein paar... Ich leuchte hier auch mal aus, ne? So ein bisschen ausgangmäßig hier, dass wir nicht irgendwie... Was geht hier ab? Was denn? Siehst du das? Lol. Irgendwie sind die abacken, oder? Ja. Warte mal. Wollen wir die mal kaputt hauen hier? Ja. Ich glaub, die Christoph sind nicht kaputt. Willst du hauen und ich mach den Boden weg? Ja, die geht sowieso nicht kaputt hier. Seh ich grad. Oh, 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 oh. Die gehen mal kaputt. Massive. Ach so. Oh. Three of them. Hast du ne Granate hier, oder? Nee. Quaart. Frack out. Lol. Na komm schon. So. Und ist jetzt nix mehr, oder? Hier könnten wir eigentlich auch später mal lang latschen, warte? Oh, 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 oh. Warte mal, warte mal. Ich fang mal hier ein bisschen... Nein, nein, nein. Warte mal, warte mal bitte. Oh, oh, oh. Komm mal runter. Hahaha. Was ist los? Komm mal hier rein, komm mal, komm mal. Hahaha. Geil. Hey, geil, Mann. Hi, Creep. Hallo, Bro. Hallo, Bro. What are you doing here? Warte mal. Sicherheitsglas. Hahaha. Hi. Weiß noch so ein Schild hier. Creeper. Ist so... Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, hier geht's auch noch hinten weiter, ne? Ja, das wollte ich ja gleich noch erkunden, aber irgendwie... So, dann gehen wir zurück, bevor sowas noch passiert. Oh, 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 oh. Okay, warte mal. Oh. Hörst du wohl auf? Hab ich die angehauen? Ja, ne, ne, aber so, jetzt haben wir das hier. Super sicker. Wo lang? Oh, da oben sind... Zombie? Hier oben? Äh. Habe ich jetzt nicht grad gesehen. Ja, da, ich habe aber einer. Okay, da oben. Warte, soll ich mir die packen? Na, komm mal her, jo. Komm mal her, komm mal her, hier. Komm mal her. So. Was hast du davon? Ich glaube, wir leuchten das hier mal ein bisschen mehr aus, ne? Weil dann... Haben wir ein wenig mehr Übersicht. So. Oh. Oh, oh. Ich glaube, hier waren... Oh, geil. Hier ist ganz viel Eisen. Ei, 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 Eisen. Ja, das habe ich eben nämlich schon gesehen, aber ich habe es leider nicht abgebaut. Ich weiß auch nicht wieso. Oh, was ist hier los? Ja, da geht es noch extrem weit rein, glaube ich. Nur das Problem ist, wo... Ja, komm, wir gehen erstmal die Mineralien hier wegbringen, oder? Ja, aber ich würde sagen, wo? Hier hinten würde ich sagen, ne? Oder? Ja, hier geht es. Ja, ja, hier geht es lang. Naja. Okay. Scheiße. Ne, ich habe... fast runtergefallen, ey. Oh, 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 oh. Achtung, 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 hier ist irgendwo... Da hinten. Alter! Er versteckt sich in der Darkness. Pass auf hinter dir. Ja? Ich baue hier mal gerade ganz Leisure ab, ne? Ärgerlich für ihn. Achso, hier ist auch noch übelst viel Kohle. Ja, hier ist auch übelst viel Eisen eben gewesen. Alsen. Oh, lol. Hier ist auch wirklich Kohle. Ich habe... Ich habe... Ich habe was, ich habe was. Moment. Egal. Ich sehe jetzt noch nichts, aber ich glaube, da ist hier... Na, egal. Lass uns das erstmal... Kommen wir, lass uns die noch abbauen gerade, wa? Ja, okay. Ich glaube, das ist ja... Das... Mach doch mal die andere Seite. So. Eieieiei. Ja, ja. Das ist hier unten. Party time, ey. So. Jetzt... Ah, hier... Ah, warte mal. Hier ist der Dings. Hier ist der Ausgang, glaube ich, oder? Ja. Oder ich komme wieder komplett in die falsche Richtung. Hier ist der... Der... Oh, ich habe da gerade was explodieren. Oh! Shit, von hinten. Oh, ei, 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 ei. Was war das denn? Hier ist ein Burgenschützchen. Ah! Ich komme aus dem Hinterhalt. Ah! Ei, 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 ei. Dankeschön. Das war füß. Secured my life. So, wo geht's hier raus? Hier? Vielleicht? Bist du sicher? Ja. Also, ich habe hier irgendwo eine Treppe hingebaut eigentlich. Ah! Hier... Ja, ja, ja. Stimmt. So. Zack, zack, zack. Ah! Hier ist schon Gras. Warte mal, ich baue hier mal ein bisschen... Warte, damit hier der Ab- bzw. Einstieg ein bisschen besser gekennzeichnet ist. Ah, hier sind wir ja. Passt schon. Ich glaube, wir sollten ein paar nächsten Mal von Schildern mitnehmen. Ja, ich habe hier erstmal... So, wo ist der Ausgang? Hier ist schon wieder ein bisschen... Dirk. Ah, okay. Oh, draußen ist es... Dunkel. Wie auch nicht anders zu erwarten. Glaube auch. Ja, wollen wir sprinten oder... Ja, brauchen wir gar nicht, ne? Es ist aber dunkel. Oh, da hinten ist ein Bogenschützchen. Ich glaube, ich latsche mal rein hier. Kommst du? Oh, wie... Ach so, ich bin in die falsche Richtung. Ich mach erstmal Tür zu. Naja, weil er steht jetzt direkt hier vor. Ah. Wo bist du denn raus, Mensch? Warte mal, ich zieh mir mal grad'n... Ach da. ...Stück rein. Oder machst du ihn kaputt? Oh. Ich muss erstmal rauskommen. Ach so, hier. Ja, ist klar, er geht in mein Haus, oder was? Hörst du wohl auf? Hörst du wohl auf? Hörst du wohl auf? So. Das wäre das, ähm... Bist du da, oder...? Ja, ich komme. Okay. Wie kann man denn was einlagern? Sag mal. Hast du ne Truhe? Ich hab keine Truhe. Ich hab keine Truhe. Ach da. Ne, das ist ne Truhe. Und zwar nimmst du hier wooden Planks und außen und den inneren freilassen. Ach, komplett nach außen rum, oder was? Ja, genau. Moment.